Guten Abend und herzlich willkommen zum Sternensucher-Podcast. Deine Gute-Nacht-Geschichten für schöne Gedanken zum Abend. Erik und Hoppel sind wieder im Arbeitszimmer angelangt und Erik verlangt von Hoppel eine Erklärung. Ich wünsche dir viel Freude mit Folge 34. Huckland, das Land der Tiere. Hoppel springt von Eriks Schulter auf den Boden. Er stemmt die Taschenlampe hoch und wackelt mit ihr durch das Arbeitszimmer. Schweres Ding! Als er an der Wand angelangt ist, springt er mit aller Kraft nach oben und kickt gegen den Lichtschalter. Die Neonröhren flackern und einen Moment später ist es im Arbeitszimmer wieder hell. Unter dem Schreibtisch tapst der kleine Barney hervor. Sein Körper zittert, als wäre ihm kalt. Vor Papas Bücherregal liegt etwas, das aussieht wie ein großer, flauschiger Berg. Es ist Bruno, der sich erhebt. Hm, da seid ihr wieder. Und hinter dem Fernseher lugt Bumi hervor. Der Meister kommt an die Grenze zu Huckland, so wie es die Prophezeiung vorhersagt. Hm, habt ihr der Schnüffelnase eine ordentliche Lektion erteilt? fragt Hoppel und Barney erzählt, was passiert ist. Als Erik die Fibel berührte, hat sie geleuchtet wie eine große Sonne. Sie hat so sehr geblendet. Gregor hat die Hand vor sein Gesicht gehalten und ist dann wieder aus dem Zimmer gerannt. Und er hatte Angst vor uns. Es war das Sternenlicht von Huckland, das ihn vertrieben hat, sagt Bumi. Und dann war es plötzlich dunkel und ihr wart weg. Wo, wo waren wir, Hoppel? Und wer war dieses Monster? Waldemar, nennst du ein Monster? Mein Junge, mein Junge, wenn Waldemar schon ein Monster ist, dann warte mal ab, bis du einem Nebeldieb begegnest. In Huckland gibt es noch ganz andere Zeitgenossen. Huckland? Ja, Huckland. Das Land der Tiere. Hm, das Land, in dem es den leckersten Honig gibt. Ja, das Land, in dem wir Tiere alle in Frieden leben. Das Land, in dem der große Weihnachtsstern versteckt ist. Mhm, genau, Bumi. Und das Land, in dem große Brüder nichts verloren haben. Das heißt, das mit den Apfelbäumen und dem Monster war kein Traum? Hm, mhm, so echt wie die Möhren aus dem Garten der Lehmanns. Und in Huckland gibt es nicht nur leckere Möhren, sondern auch viele Tiere, die auf dich warten. Sie warten auf die Ankunft des großen Sternensuchers. Dich! Aber erst mal müssen wir an Waldemar vorbei. Der alte Banause spürt, dass der Stern weg ist und ist nicht besonders gut drauf. Das sind Tiere, die auf mich warten? In der Tat. Die Prophezeiung sagt, dass der Sternensucher mit seinen Freunden kommen wird, um den großen Weihnachtsstern zu finden. Er bringt ihn wieder an seinen Platz an der Decke und dann werden sich alle Eltern auf der Welt wieder liebhaben und es wird Frieden an Weihnachten herrschen. Aber wie kommen wir an Waldemar vorbei? Hm, das weiß nur der große Farburg. Farburg, aber wo ist Farburg? Er lag immer vor der Heizung und seit einer Weile ist er nicht mehr da. Hm, Mama hat ihn in den Keller geräumt. Sie sagte, du hast zu viele Plüschtiere. Mich wollte sie auch schon dahin stecken. Das heißt, wir mussten erst auf den dunklen Dachboden und jetzt müssen wir auch noch in den Keller? Hm, genau. So ist das, Erik. Auf einmal klappert in der Küche Geschirr. Leise, Freunde. Wer da in der Küche ist und ob die Freunde Farburg im Keller finden, das hörst du in Folge 35. Und wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann danke ich dir, dass du den Sternensucher-Podcast abonnierst. Und jetzt eine gute Nacht. Dein Mario Mietig